Herzlich Willkommen zu diesem Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns auf Vamedo. Einem Titan, von dem ich eigentlich ausging, er sei ultra heftig schlimm. Was er, wie wir sehen, zumindest anhand unseres Fortschritts, nicht ist. Er hat große Versprechungen gemacht. Und letztendlich ist es nur Gelaber. Was aber auch wiederum nur dafür dann ein Beweis ist. Ja, das Vamedo halt wirklich genau wie die anderen Titanen. Nun ja. Was auch cool ist, wir bewegen uns hier tatsächlich auf Echtzeit. So in Echtkarte. Ich weiß nicht, wenn man jetzt hier runterfällt. Fliegt man dann auf die Map zu oder ist man dann tot? Wir testen es aus. Wir sind tot! Das heißt, das hier ist kein Open World. Wir haben also eine Border, an der wir sterben können. Das heißt, das hier ist zusätzlich generiert. Es sieht zwar so aus, als wenn wir auf Vamedo wären, wie wir ihn von unten, vom Boden aus gesehen haben. Aber dieser Dungeon hier, der wurde extra nochmal so hergestellt. Macht auch Sinn, ne? Klar, logisch, werfe ich Nintendo auch gar nicht negativ vor. Aber, das zeigt halt einfach auch eben, dass es nicht super ultra Open World ist, sondern nur so ein bisschen. Ach komm schon. Falsche Vorangehensweise. So. Ach, kriegen wir das nicht gepa... Hä? Okay. Ein bisschen so, damit wir springen können. Als ob wir da nicht drankommen. Hä? So viel Platz habe ich hier nicht mehr. Ach, so, jetzt müsste es aber gehen. Wie lange braucht das denn, bis wir mal da hinkommen, ne? Das schafft Link niemals, das da. Ah, doch, doch. Wie kriegen wir das beschissene Tore auf? Wir haben halt einfach auch nichts auf der anderen Seite. Halt. Da ist ein Eingang. Von unten. Von unten. Von unten. Das heißt... Oh, stimmt. Den Weg sind wir noch gar nicht gegangen. Dann glaube ich, dass es easy ist. Ich hoffe es. Stimmt, auf der Seite waren wir ja noch gar nicht richtig. Ja, das ist mehr als auffällig, das hier. Ich glaube zwar nicht, dass unsere Reichweite genügt, oder? Das wäre jetzt doof. Ne, passt nicht. Darf man sich nicht allzu viel Zeit lassen? Okay. War also so... Ja. Komm, das hier ist nicht schwer. Oh, das macht mich traurig, dass die Tempel so schnell vorbei sind. Doch, ist es Zeit, auf den Lorbeeren auszuruhen. Das ist nämlich alles nicht so... Oh, komm schon. Na, klasse. Na, klasse. Klasse. Ganz eindeutiger Fail von mir. Achso. Das benötigen wir nicht. Ja, dann stellen wir Vamedo wieder normal rum ein. Aber wir kommen ja hier locker flockig hoch. Das ist es ja. Das Spiel kennen wir. Windfluch, Ganons. Ganons Windfluch. In dem Fall. Lächerlich. Lächerlich. Es ist eine absolute Demütigung. Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat dieser Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Breche mich, Link. Es ist eine absolute Demütigung. Für ihn. Uh, das ist unangenehm, das hier. Wir gucken uns das erstmal an. Okay. Ich finde das nicht so schlimm mit dem bisschen Schaden hier. Das ist ja sogar noch Schaden, den wir uns selbst zufügen. Weil wir einfach zu lange drauf schießen. Das ist keineswegs ein Argument für seine Stärke. Die er nicht besitzt. Wie viele Diamanten haben wir? Sechs. Krass. Witzig auch. Das Master Schwert wird besonders mächtig, wenn wir gegen Wächter und etwas dergleichen kämpfen. Oder, oder... Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall in Gegenwart von irgendwelchen bestimmten Gegnern leuchtet das Master Schwert und wird allmächtig. Ja, lassen wir es dabei. Wo ist er denn? Hallo, wo bist du? Ja, nicht hochheilen, sondern zeigen. Oh, wieso sind die Bögen denn alle so schnell Schrott? Oh, kacke. Ja, moin, komm. Lass mich in Ruhe. Voll in your face. Zweite Phase. Als ob das irgendwas ändern würde mit nervigen Sklaven. Pass auf! Oh, der ist geschwächt. Wie weit willst du noch abhauen? Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wind. Ich brauch Wind. Oh, shit. Okay, das war jetzt mal ausnahmsweise ein guter Move. Oh, nicht zu viel hochheilen. Ich will doch nochmal treffen. Sekunde. Flieg! Link! 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 Hinter Nein. Ich weiß. Ich weiß, nein, toy. Du machstot. Zieh. Steh. Das ist ein Wettbewerb. Lächerlich. Cooler Kampf? Kann ich nicht sagen. Cooler Kampf. Vor allem mit seinen Sklaven, da die dann doch noch Schaden machen können. Masterquest? Ah, 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 ah. Elf Minuten, zwölf Minuten sind wir jetzt gerade dran. Haben ungefähr in der Hälfte des letzten Parts mit dem Dungeon angefangen. Es gibt so manchen Schrein, für den wir länger gebraucht haben. Nee. Sorry, Leute. Nee. Nicht bei Masterquest. Da hab ich mir ein bisschen mehr versprochen. Ach, es gibt ja noch einen Herzcontainer. Stimmt, daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt ja, es gibt ja noch einen Herzcontainer. Mal speichern. Ja. Noch mehr Macht. Und es gibt natürlich kein... Doch, ähm... Die Herzen füllen sich auf. Gut. Ich hätte das auch so krass wie, dass hier immer wie so ein Kokon aussieht. Man könnte echt meinen, so die... Die Flüche, die kommen hier aus diesem Kokon raus. Aber das ist leider nicht so. Ähm... Kannst du den Tanen nicht mehr betreten. Aktivieren den... Ja. Ich will auch nicht zu Mavimedo zurück. Warum? Ich hatte den so schwer in Erinnerung. Ich glaub, das lag daran, dass ich im ersten Durchlauf privat... Äh... Dass ich da einem Rätsel nicht mehr klarkam. Aber das hier ist lächerlich. Sagt er. Für deine Verhältnisse. So. Nun werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken. Die Kraft, Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm. Ja. Ich für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Ganon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gibt doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Wald hin auf dich. Für meine Verhältnisse. In Gegensatz zu ihm, bin ich nicht dabei verreckt. Ei, 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 ei. Immer diese Doppelmoral. Gerade bei den Leuten, die einem sowas vorwerfen. Das ist auch geil. Vor allem, dass das Teil auch nicht abbricht, ne? Vamedo ist ja ein riesen Vieh. Alter. Es ist auch so krass, ne? Dass es so einen Unterschied macht, ob die Titanen rot gefärbt sind durch dieses Licht oder blau. Wir müssen Garnon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft. Dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link. Du bist der Schlüssel. Du warst es immer. Okay. Äh, dass... Dass er zugibt, schlechter zu sein wie ich, nehme ich mal als kranke Entschuldigung von ihm. Rivalis Sturm enthält die ungestüme Macht Rivalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halte zum Aktivieren. X gedrückt. So. Diese Fähigkeit ist ultra krass. Stellt euch vor, wir wollen jetzt da hochklettern. Und das Hochklettern, das macht sich nicht so gut. Also fliegen wir einfach hoch. Einfach aus dem Nichts heraus. Ist das nicht geil? Und so kommen wir dahin, wo bisher niemand hin wollte. Und von Rivalis Sturm haben wir tatsächlich auch drei übrig. Und der braucht auch nicht so lange zum Regenerieren. Das macht uns halt wirklich in der Erkundung echt einiges leichter. Krok. Krok, 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 krok. Nice. So, holen natürlich beide Äpfel mit. Warum sollten wir die Gaben da lassen? Ah, hier sind Leuchtsteine. Oh. Vier Stück. Das sind direkt mal wieder... Das ist schon gutes Zeug. Ich wette, da ist dann auch noch einer drin. Och, wir hätten auch noch Feen gehabt und alles. Das ist ja... Nee, also das ist ja nicht normal. Ritterschwert ist zerbrochen. Wir haben nicht einmal das Masterschwert benutzt, fällt mir auf. Im ganzen Tempel nicht. Die Frage ist nur, wo ist unser nächstes Gebiet? Wo sollen wir als nächstes hin? Boah, wir haben auch noch so viel hier nicht gesehen. Obwohl wir jetzt wirklich schon einige Zeit im Hebra waren. Wir sind ja auch schon vor einigen Parts sind wir hier entlang gelaufen, haben ja auch hier das Labyrinth gemacht. Dann sind wir hier und wir haben trotzdem so vieles noch nicht gesehen. Wir waren hier im Tsutsukiki-Schneefeld, im Tzatziki-Schneefeld waren wir noch nicht. Kokupi-Schneefeld. Wir waren an so vielen Orten noch nicht gewesen. Ja, deswegen sage ich ja, ne, also, äh, wir werden noch ein gutes Stückchen in diesem, in diesem, mit diesem Spiel verbringen. Wenngleich wir auch schon drei Viertel aller Tempel gemacht haben. Oh, was ist das denn? Das ist auch sowas mit einem Schrein, aber ein anderer Schrein. Wie lang braucht Rivali nochmal zum Refreshen? Der braucht gar nicht so lang. Sechs Minuten nur, das ist echt nicht viel. Piki, jetzt reicht's! Diese blöden Gänse! Meine Schwestern und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben, aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei den Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm ge- Äh, 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 ich meine nett genug, mir zu helfen. Ist das assig! Sag meinen Schwestern im Dorf der Orni, dass sie nicht unsere Übungen schon schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht, aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Die einzige, bei der ich mir Sorgen mache, ist Genli. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs! Sie ist ganz launig und will nicht mal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig! Ich will ja nichts sagen, aber du bist auch nicht weniger nervig. Dir sei es verziehen, denn du bist ein Kind. Waren das gerade Stinkefinger? Ich hab keinen Plan, Leute. Wir gucken, dass wir die Missy hier machen können, also die Leute, die anderen einsammeln. Und wir wissen teilweise auch sogar schon, wo sie sind, aber waren das gerade Stinkefinger? Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, versuche ich es euch gleich zu zeigen. Oh, wir müssen jetzt... Oh, shit. Das haben wir ja fast schon vergessen. Wir müssen natürlich noch hier unsere Belohnung abgreifen. Ohohoho, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Vamedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich, er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamedo wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm dir den Inhalt dieser Truhe, du wirst sicher Verwendung dafür finden. Nachfahre des Recken, mir fällt es jetzt erst auf dein Schwert. Ist das etwa das heilige Bandschwert? Und das Geile ist, diese Kommentare hier, die würden nicht kommen, wenn wir das heilige Bandschwert nicht geholt hätten. Also das wäre, das ist auch unglaublich cool gemacht. Du gleichst dem Recken der Heilianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Rivali gekämpft hat, bis ins Kleinste. Bist du etwa? Nein, natürlich nicht. Egal. Was ist hier drin? Eine krasse Waffe, die wir wieder nicht tragen können? Oh, ein Adlerbogen. Der einzigartige Bogen des Recken Rivali. Oh. Im Luftkampf soll er schnell wie der Wind damit geschossen haben, sodass es niemand anders mit ihm aufnehmen konnte. Ach, krass. Den Bogen würde ich ganz gerne in Hatino verstauen, aber jetzt will ich trotzdem erst nochmal sehen, ob ich mich gerade eben nicht verguckt habe. Oh, hier ist noch was. Kiel, wo bist du? Unsere Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Doch. Wahrscheinlich. Wir sind doch viel zu weit weg, um ganz alleine da hinzugehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Hä, zu weit weg. Oh, du hast Kiel bereits gefunden? Oh, gut, dass sich das hier ergänzt. Dann war sie also wirklich bei den Brüderfelsen. Mit ihr hat man wirklich nichts als Sorgen. Kann ich ihr das hier als Dank für deine Hilfe anbieten? Ja, danke. Wenn ich weiß, wo sie ist, bin ich beruhigt. Ich danke dir. Okay, das war jetzt purer Zufall, dass wir das hier gelöst haben. Aber das will ich jetzt trotzdem mal testen. Also nochmal gucken, hier diese Felsen. Das sah gerade eben echt so aus, als hätten die mehr einen Wichser gezeigt. Und ich bin von meiner Vermutung, wenn ich das jetzt von fernem sehe, schon zur Hälfte überzeugt. Oh, nicht mehr genug Ausdauer. Ja, so ungefähr. Hier der Stein. Das sieht aus wie eine Hand, die mir einen Stinkefinger zeigt. Dass das hier nach Zahlen nummeriert ist, ist auch kein Zufall, ne? Eins, zwei, drei, vier und fünf. Das ist kein Zufall. Ja. Nochmal zurückporten, weil Fliegen macht sich dabei immer so schlecht. Wir müssen die singenden Kinder finden. Also so war, glaube ich, die Quest, ne? Hä? Hä? Waffen... Hä? Oh, stimmt. Ja, stimmt. Leute, das habe ich auch ganz vergessen, euch über dieses Let's Play zu sagen. Das habe ich noch nicht einmal ordentlich erwähnt. Also, doch, ich habe es mal kurz angeschnitten, aber es gibt ja auch Schreinquests, ja? Und von denen haben wir noch jede Menge nicht gemacht. Also es gibt, wie wir zum Beispiel die Prüfung im Sturm oder die Prüfung auf Hürtwerde. Das war tatsächlich eine Quest an sich, ja? Und dafür haben wir halt auch noch einige, ne? Also das ist, so einfach ist das nicht. Lied des Reckenfestes, Dorf... Ne, die Brüderfelsen... So, also. Oh, shit, shit, shit. Nein, 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 nein. Kletter hoch, Link! So hätten wir Rivalis Sturm nicht eben schon so extrem verschwendet, wäre es jetzt für uns vielleicht etwas leichter, hier hochzukommen. Klar, ne? Die Magie steht uns nicht immer zur Verfügung. So. Oh, die mit ihrem beschissenen Knusperlachs, ne? Da mussten wir uns aufteilen, um die Zutaten zu kaufen. Ja, und sie kann voll rumstehen. Leute, gebt euch das, ne? Ihr müsst jetzt für mich die Daumen hoch machen. Sonst gibt es keine Let's Plays mehr. Ja? Oh, ne Scheiß, was ist das, ne? Die anderen die Arbeit machen lassen, um... Oh, egal. Ich hab meinen Teil schon längst erledigt, deshalb übe ich jetzt hier ein wenig unser Lied. Ich hätte Kewo Bescheid sagen sollen, ich werde schnell zu ihr gehen. Ach ja, ich gebe dir diesen Tabanta-Weizen bitte noch, koch einen tollen Knusperlachs für Genli. Denn wenn sie den nicht bekommt, weigert sie sich, mit uns das Lied zu üben. Naja, eigentlich glaube ich, das ist nur ein Vorwand, aber egal. Viel Erfolg! Ah, wenn sie das schon sagt. Wo müssen wir denn... Ach so, wir müssen den Knusperlachs hier herstellen, ja? Oh, das ist ja noch einer. Hunger! Hunger! Ich will Knusperlachs! Ach so, der ist das, der Knusperlachs. Hä, aber hat die eben nicht auch gesagt, dass sie Knusperlachs will? Bin ich jetzt total lost? Was? Kiel will, dass ich das Lied üben komme? Nö! Ohne meinen Knusperlachs gehe ich nirgendwo hin. Stimmt, das hier ist ja Genli, ne? Genli will ja den Knusperlachs... Ah, ja, okay. Ich habe meinen Schwestern gesagt, ich würde zum Üben kommen, wenn sie mir einen Knusperlachs machen. Dann sind sie wirklich losgezogen, um die Zutaten zu kaufen. Und deshalb sind sie jetzt nicht hier. Ach, Menno, ich habe keine Lust auf Singen. Aber auf einen schönen heißen Knusperlachs darf ich umso mehr. Hm? Wo die Zutaten kaufen wollten? Natürlich bei Frischbats mit den spitzenmäßigen Preisen. Äh. Wo ist das denn jetzt wieder? Äh, ich will gerade keine Geschichte hören. Aber wir müssen sowieso noch was auf der Karte verzeichnen. Nämlich einmal hier, wo es den Krog gab. Da gibt es ja auch einiges an Edelsteinchen. Äh. Und andererseits genau den Punkt, wo ich jetzt bin. Damit ich dich als Questgeber nicht vergesse. Hier soll das sein? Nein, hier ist nichts. Das ist nur ein Wohnort. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das schauen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part an. Schaut mal wieder rein, wenn es heißt. Let's play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen und ein Abonnement da und oben. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.